So wissen Sie, was zu tun ist, wenn die Steuerfahndung frühmorgens dreimal klingelt. Leisten Sie viel, aber leisten Sie sich deshalb auch so manches? Dann sind Sie zum Hassobjekt geworden, für populistische Politiker ebenso wie für die Steuerfahndung. Früher oder später wird Sie die Steuerfahndung heimsuchen. Diese Steuerschnüffler werden skrupellos Ihr gesamtes Lebenswerk zerstören. Die wenigen Minuten, die Sie alleine mit Ihren Todfeinden verbringen, entscheiden darüber, ob Sie nochmal mit einem blauen Auge davonkommen. Bis Ihr Anwalt vor Ort ist, müssen Sie sich richtig verhalten. Dieser Ratgeber bereitet Sie perfekt auf diese Ausnahmesituation vor. Lernen Sie, wie Sie im Angesicht der Steuerfahnder auftreten müssen. Überstehen Sie Psychoterror, teuflische Verhörmethoden und andere Fallen, mit denen Sie die Steuerfahndung ins Verderben stürzen will. Und vor allem erfahren Sie, wie Sie nach diesem Überfall den Spieß umdrehen und die staatlichen Geldjäger vor sich hertreiben können. Das Buch »Raus aus den Fängen der Steuerfahndung« hilft Ihnen, sich perfekt auf diesen diabolischen Besuch einzustellen. Die Steuerfahnde! Vielen Dank.